und der call of the wild mit zusammen in der aufnahme auf jeden fall der tim der nimmt auch gerade mit auf hallo der wooktry gaming ja mit dazu gekommen ist jetzt noch der alex und der luci war ja vorhin schon mit dabei ja ich habe das jetzt mal so eingeteilt weil tim und ich wir haben noch diese diesen rothürsch lock rufe haben wir noch nicht deswegen geht jetzt mit dem alex zusammen einzelt und ich gehe mit marcus mit dem nutzer mai und hier schon wieder ein call ich glaube wildschwein und dann gehen wir mal hoch zu den zelten müssen jetzt erst mal hier den berg hoch du hast licht noch an das soja kopflampe rothürsch dufte ja den habe ich auch das gut ja also hier oben ist ein zelt und dann ist das andere zelt das müsste gleich aufploppen ich habe das ein bisschen weiter links gesetzt ja da habt ihr ganz gute sicht auf das tal und auf das wasser ich guck mal gerade was das hier für spuren sind sollten aber auch wildschweine sein hier oben sind auch spuren ja es wildschwein losung also mal gucken dass wir hochkommen wie gesagt die das andere zelten müsste die eigentlich auch gleich sehen ich sehe es schon luci wir gehen hier vorne in das hält und die anderen beiden das andere und dann gucken wir einfach mal wer wer zuerst irgendwie eine herde sieht dann gucken wir mal ob wir das mit unseren callern ob wir die rang callen können oder ob wir dann hinterher gehen müssen da ist irgendwo vorne jetzt ja auch nicht springen nicht unbedingt die tiere verscheuchen so kommen wir mal und euer zelt ist da hinten genau du kommst du mir immer hin oder wildschweine wildschweine haufen weise oha vier stück oder drei stück wenn ihr oben seid aber wir sind oben ist es alles voller wildschweine ich call die macht sind auf jeden fall ziemlich dicht mir ist ein bedürfnis gebiet also hier unten sehe ich noch ein wildschwein rumlaufen die anderen sind da hinten luci siehst du die unten und im tal da läuft vom wildschwein wenn du das vorne das wildschwein ich nehme das hintere ich sehe gar keine die kommen mir beide unten hier in der senkung zwei stück du nimmst das was das direkt sie sind nicht hier rechts hier da wo ich hinguck hinter dir zwei stück ich sehe nicht hier unten direkt vor dir hier vorne hinter dem stein da wisst ihr was da packt oder was ne ihr seid in der hütte wo wir hin sollten und die hütte die andere ist noch viel weiter rechts hier sind drei wildschweine jungs ja wir kommen wieder zurück ich habe mich gerade mal auf der karte geguckt direkt direkt hier vor den grünen bäumen hier direkt da vorne ich schieße jetzt mal auf 1 das hatte ich bei hatte ich auch im stream schon das pantoffel hatte auch einen gesehen und ich habe da gar nichts gesehen und da hat er auch gesagt ich bin bekloppt ja komm mal mit ja die blutspur siehst du auch nicht ganz großer blutklecks hier vorne hinter dem stein und dann war hier links und rechts war alles vor der wildschweine blutspur sehe ich jetzt davon den anschuss ich sehe ich aber hier sehe ich nicht hier kommen mit da wo ich jetzt gerade hinlaufen liegt eine leiche ich sehe bloß ein blutspur ein großer fleck und ein bisschen weiter oben ist noch einer ja ähm tim und alex dann geht ihr hier zu dem zu dem weg wir sind gerade am weg wo ich stehe gerade ja und hier ist das tier das ist bei mir bloß ein blutfleck okay ich sehe kein tier so habe ich aufgenommen ja wenn das jetzt natürlich wenn das jetzt dann weiß ich noch mal neu starten jetzt oder naja warte mal und du siehst ja auch keine spuren lozi oder wird doch spuren sich die ganzen spuren jetzt alles will ich alle ja ja lass uns mal das geld gehen dass man das geld gehen ja dann gucken wir mal kommen wir kommen die jetzt schon kommen ja den habe ich mit ich habe ein bildschwein kohle den habe ich möchte ich habe kein die sportlich gesehen habe ich die blutspur gesehen aber das tier habe ich nicht gesehen ich habe mal gecolt ich gehe mal hier oder mal komme ich jetzt nicht in das zelt getreten ich bin drin müssen wir gleich noch mal vergleichen also wenn er jetzt beim nächsten mal auch wieder keine tiere siehst ja dann macht das natürlich keinen sinn so ich bin auch mit dran ja müssen wir mal schauen hier aber geht eigentlich von der geht eigentlich von der position her das zelt ne du hast einen schönen ausblick hier und sehe unten ins teil rein da drüben sind alex und tim auf dem platz her könnten ja locker fünf sechs man hier rein eigentlich ja eigentlich schon vielleicht kommen wir irgendwann noch mal größere zelte ja ja müssen wir mal schauen wenn jetzt wenn jetzt einer enthiel sieht ob die anderen lassen aussehen weil sonst macht das ja keinen sinn hier wenn man die werden bestimmt gleich wieder zurückkommen hier die die geflüchtet sind weiß ich glaube ich es war kein bedürfnisgebiet jetzt aber aber da wo wir gerade waren waren bedürfnisgebiet ok also bei uns richtung west südwesten sowas ok südwesten ok wir gucken mal kannst du noch mal rot wir haben natürlich den jagdruck jetzt in dem gebiet schon erhöht aber bei euch seht ihr nix oder was nein kein call gar nix bei mir auch nicht oder wir gehen den spuren hinterher oder was kann der mal gucken ja wenn wir hinterher gehen ob ich sie dann sehe oder nicht sollen wir mal runter in die andere richtung gehen alex aber dann lass uns mal lucia da vorne sind sie jetzt offen hatte auf dem pda guckst richtung westen je nach da wo ich jetzt gerade hingehe hinter den bäumen sind sie werden jetzt auch glaube ich gekommen da sind sie da kommen jetzt rennen sie gerade weg ich glaube die werden die werden wieder zurückgekommen hier glaube ich wir waren gar nicht so weit weg mit dem sagt der unwahrt bedürfnisgebiet dann werden sie wahrscheinlich wollten sie da oder hin also ich habe das kann sein wir gehen mal in die richtung aber wie gesagt ansonsten müssen wir das noch mal neu starten kein problem hier habe ich weibchen müssen hinter die bäume die sind hinter den bäumen gewesen das war bei euch jetzt das war bei euch habt ihr den call auch gekriegt ich hab's gehört ja die sollte ich sonst noch mal neu einladen dann geh ich noch mal raus und dann lad ich dich noch mal neu ein musst du mal ins hauptmenü jetzt warte ich schick dir noch mal eine einladung macht ja macht ja keinen sinn wenn du hier gar nichts ich lade dich noch mal ein und team vielleicht auch noch mal oder wenn er das hat er doch nichts gehört hast du jetzt eben den call auch nicht gehört nein ich gehe auch noch mal hauptmenü aber gesehen habe ich es nicht gehört habe ich gehört ja dann hatte ich euch noch mal neu ein so tim wir haben noch mal eine einladung geschickt weiß nicht ob die jetzt kommen ansonsten gehe ich zum zelt wieder zurück ich gehe mal erstmal zum zelt vielleicht kommen die rein daher achtet der wind geht natürlich direkt in der in richtung bei euch wieder ein call seht ihr den jetzt den habe ich auch gesehen wildschwein bahnruf der ist vor dir alex wenn du nicht gesehen hast lad ich dich sonst noch mal neu ein gehört aber aber kein 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 naja das kann aber sein weil er unterhalb von alex war ich komme jetzt wieder zu dir alex ich komme auch wieder hoch ins zelt frankie ich versuche mal die hier irgendwie ranzukommen die hier hinter den bäumen bahn mal schauen malerweise hören die uns eigentlich auch nicht in dem zelt oder wenn wir drinnen sind was zeigt denn dein symbol unten rechts an weiter links war eben der call alex ich habe doch in der berg ja ich würde sagen wir gehen mal bis oben drauf und dann gucken wir mal wollen wir auch losgehen luci weil ich glaube hier ja warte mal kurz das bist du jetzt von den schritten erne dachte gerade ich hätte vielleicht dann komme ich raus gehen wir mal hier hoch durch die spur hatte da da sind sie glaube ich ja direkt voraus hörst du denn luci habe ich gehört ja ja wenn ich das habe ich mir auch gesehen der ist jetzt losgerannt wieder hat er uns gesehen oder was das ist erst weggerannt ja ach der war auch schon wieder auf dem weg zum zelt wieder ich habe keine geduld gehabt die brauchen manchmal ein bisschen wir wollen sonst hinterher oder wollen wir im zelt wir gehen hinterher ich würde mein stück hinterher gehen ja und wieder hinter den bäumen da weißt du vielleicht ist da noch mal bedürfnisgebiet hier ist bedürfnisgebiet frisch im süden genau da wo ich jetzt bin ja vielleicht treffen uns ja gleich also hier ist einer auf jeden fall hoch gerannt hier sind ganz viele spuren die spuren sie ist alle ich glaube die sind da hoch gerannt den berg hoch hier unten sie macht wieder klasse einer oder mehrere einseh ich los dann lass mal hier hoch wo sind die spuren ich sehe keinen ich gehe mal in die deckung unten bei euch ist wieder ein call ich hole mal ich hole mal den voller raus hier ich hole mal den voller raus hier ich hole mich hoch ne 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 guck noch mal mit köpfchen immer hoch guck noch mal hier ein bisschen ins tal ob da vielleicht noch welche sind ich bin doch keine spuren mehr die sind unten die spuren oder links links ich kann den schießen ich glaube der ist festgepackt oder schießen ja schießen ja oh scheiße rennts grad weg oh nein direkt vor uns ja ja dann wir müssen mehr gedruckt gehen freuen wir mal ich sehe es nicht mehr hier ist eine folge spur da steht der rennt in die andere richtung ich gehe mal hier den hinterher hier sind noch mehr spuren ich guck mal ganz viele kotspuren steht immer noch da jetzt läuft er ältere spur ja die herd ist bei dir irgendwo anscheinend da unten sind mehrere guck mal da unten sind mehrere willst du hier rankallen oder willst du schießen ich hole mir jetzt einen moment ich kaufe immer noch ein bisschen die links sind auch noch ganz viele spuren ja bloß bloß genug bleiben jetzt falls sie irgendwie dicht sind genau und immer irgendwie unter die bäume da hat es ordentlich geschaltet jetzt hier im wald ja vielleicht hörst du diesen rotfisch rotfisch weil du vielleicht das level noch nicht hast ja weil ich noch nicht freigeschaltet habe doch hier hinter der anhöhe vielleicht mal gucken gut darum stellt sich selbst ja okay ja dann mach und wie sieht es aus ja trocken ja da rennt noch ein Stück 270 oder was hast du genommen ja 270 ja oh hast du schon rot verfärbt ist tot ist tot oder ist der nächste da hinten ja sie hat es bestimmt noch mehr wenn er uns wahrscheinlich jetzt wir flankieren jetzt die das gute von jeder seite der tim und der alex von rechts wir von links schöne treibjagd ja ich sammle den mal ein hier ja mach doch ja mach doch kolle bei die anderen her so dann gucken wir mal ob wir hier noch einen sehen die herd ist unterwegs ja so wo war dann jetzt mein anschuss ja da liegt er ich sehe ihn schon ich sehe nämlich gar keine Blutspiele bei den bäumen hier drüben direkt vor den bäumen liegt er ah das darf ich sehen auch ja so dann mal gucken wo die anderen sind aber ich hab da irgendwo eine Blutspur ich geh mal aufrecht jetzt Blutspur hab ich jetzt auch keine gesehen ne ich hab einen nur Kotspuren Bronze Silver hey geht's geht's oh hier ist eine Futterstelle hier ist ein Fressgebiet ja mein Spiel ist gerade hat ich aufgehangen oh dann lad ich dich gleich nochmal ein oder ja ich guck mal vielleicht kann ich auch so zu join oh hier links sind noch ein paar fändlicher Kunstschwein ja ich guck mal hier bei dem Pressgebiet Bedürfnisgebiet hier Ruhrgebiet ich kann auch so zu Guck mal was wir hier oben haben so da sind wir wieder eins müsste oben in eure Richtung gerannt sein ja das ist auch ja die steht hier oben da oben steht sie wir haben genügend Spuren hier könntest du wegnatzen von hier ja mach doch so also nochmal schauen hier ich denk mal die sind aber beim Berg jetzt kommt hier noch eine rote Wiese irgendwo hier in der Wiese sind die jetzt ich weiß nicht ich würde jetzt schon wieder fast aufrecht gehen aber dann sehen wir bestimmt direkt eins und ist wieder weg da läuft eins ich mach so ich bin wieder da ja ich glaube meiner liegt da hat sich noch nicht verfärbt mal gucken wie weiter kommt ja getroffen habe ich glaube ich ja hast auch gesehen ne ja ah Bogendorf ist echt genial hier habe ich auch meine Albino Wildschwein geschossen ja okay ich habe bis jetzt bloß einen Albino Rotfuchs das ist noch kein einziges Albino Tier ist aber auch geil Albino Rotfuchs ja jetzt müssen wir mal schauen ob jetzt eine Blutspur ist du hattest ja vorhin keine ne ah doch ich habe die Blutspur hier so jetzt haben wir hier ein riesen Tal die könnte man jetzt schön von oben runter schießen wenn die jetzt hier irgendwo unterwegs sind noch warte mal auf dich Luzi vielleicht kannst du ja hier irgendwas sehen aber wo ist wo ist jetzt meine Spur da unten ich habe bloß voll im Visier ey ich stehe unten im Tal ich schieße gleich zurück alles voll Spuren hier ich sehe da keine Blutspur hier eine habe ich genau aber guck mal die sind alle weg keiner mehr da oder ist das der eine ne ist ein Stein hier ist auch noch ein Bedürfnisgebiet rechts rechts es ist wieder ein Call Wildschwein männlich ja dann geh da gleich mal drauf zu ja ich call kleiner mal so meiner geht auch in die Richtung ich habe aber ein Weibchen angeschossen ach hat sich verfärbt sehr gut dann gucken wir mal dann ist aber wahrscheinlich noch ordentlich weit gerannt wenn es jetzt so lange gedauert hat oh ich sehe es ja dann schieß mal das ist nur noch ein Stück aber ich glaube der rennt oder ich bleib mal stehen ich muss ein bisschen hinter dem Baum noch weg nochmal groß reduziere da muss ich auch nochmal drauf machen dann gucken wir mal den erbaut hat er direkt hinter mir also ich habe schon drei stücke geschossen hier ist bei mir eine riesen Blutspur wieder da meine liegt hier vorne mal gucken ob ich hier auch hast du das für nicht Caller Lütze wie wieder? jetzt gerade nicht nein mach nochmal hast du nicht oder? nein ich auch nicht aber ich stehe hinter dem rotier ich Caller du bist 205 Meter weit weg der geht ja bloß 200 Meter hier ist meine an den 290 Meter müssen wir Tim müsste mal hören aber nein ich höre den auch nicht nein wir müssen wir da nochmal probieren deine ist auch gestorben schon Lutzi ok da vorne links ist gerade irgendwas gelaufen hier ist eine Blutspur Lutzi kommt zu mir da kommt ein Reh ein Reh zu uns oder was? nein zu uns ich mach das mach das mal ja Lutzi dann komm mal her dann müssen wir hier weiter ah das war bloß ein Fleischwunder das war ein scheiß Schuss der ist aber nach rechts weg gerannt habe ich gesehen hier geht die Spur weiter oh Wildschweine zwei Stück komm her komm her komm her ich bin schon in Entdeckung ich geh auch mal an den Hocke so hier ich nehme den Rechten siehst du den Linken? warte 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 ich bin noch ich bin noch nicht weit gemacht bist du denn? warte hier ich nehme den Rechten also den Dunkleren und du nimmst den Helleren ok alles klar warte 3 2 1 also ich habe da ist noch eins da ist noch eins oh mein Gott wird alles weggenatzt hier also 2 liegen auf alle Fälle hier was ist? 2 liegen auf alle oder liegen die alle 3 dort? alle 3 liegen ah perfekt so jetzt müssen wir gucken wo deine ist hier ist noch eine Blutspur hä das sind zwei unterschiedliche das müsste meine sein hä du hast 2 angeschossen guck mal hier links und rechts sind unterschiedliche Blutspuren guck mal hier hier ist eine und da ist auch eine lol das kann sein dass das die Sau ist wo bei mir abgehauen ach ja das kann sein wollen wir die mal verfolgen alle 2 hier da eine ach so ja ich habe jetzt die linke nimmst du die rechte ja ich habe jetzt die rechte angekriegt ne genau dann gucken wir also meine Spur geht hier links weiter hin ja hier vorne liegt die Leiche schon von meiner Spur dann guck du mal wo deine hier gehts weiter wo ist das Reh denn hin alles lila verfärbt ja oh meine liegt da drüben das ist brutal das ist lila wo wo liegt deine hier rechts ah ok soll ich alle 3 mal hier einsammeln oder was ja sammelt sie ein ja so haben wir einmal Alex 93% Muskelschädel Kiefer da habe ich auch was gegeben dann haben wir 2 mal Luzi so haben wir hier ich gebe was zum Kuchen ab hier so was haben wir denn hier Underwater Frank 100% Lungenflügel links Lebe so den haben wir auch was haben wir hier hab die falsche Waffe gehabt Bronze das war ich ja Luzi nochmal Luzi ich hab ein Reh mit 338 geschossen mal gucken was das hier jetzt für Erinner war den ich jetzt aufnehme genau mach das mal boah ich 100% ok ja haben wir da Alex du und ich ja haben wir da alles jetzt noch gefunden läuft ich glaube viele Spuren sind hier auch nicht mehr jetzt haben wir alle weggenatzt eine Spur habe ich hier noch aber ich glaube das ist ich meine ob das ein Wildschwein ist ich guck mal ne ich habe hier einen Rothirsch männlichen aber in die Richtung wo wir kamen also das können wir glaube ich klicken vor mir steht auch ein Rothirsch bei mir meine meine Rothirsch wo geht hier weg hier sind zwei drei warte ich komm ich komm ich komm oder Rehe sind das oder ne Rehe ja warte ich komm ich seh auch drei Rehe ich seh sieben 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 stück wo sind die denn hier unten auf der auf der Wiese ah das ist ewig weit weg ne guck dich lieber nicht dass sie weg werden wieso wo sind die ich seh die nicht warte warte ich komm ich komm da wo Tim steht und dann weiter links ah ok warte von hier oben seh ich sie gut ne ich seh sie nicht weiter links na der läuft da im Wald hat im Wald hat was geschrien kann ich auch schießen seh ich da ist ein Bedürfnisgebiet von Dana Fotogebiet ah ok also wenn wir uns langsam reinschleichen die sollten in der Nähe bleiben den im Wald hab ich da da ich seh einen jetzt rennen sie grad alle weg ach scheiß müssen wir uns nochmal positionieren und warten die kommen wahrscheinlich alle wieder zurück ja und crawlen direkt oder vielleicht rufen hier ist auch ein guter Platz für ein Tarnzelt ja hier ist das Bedürfnisgebiet immer geduckt da war ein Männchen dabei hab ich gesehen und drei Weibchen ich guck mal von wann bis wann das Bedürfnisgebiet ist weil wenn das jetzt außerhalb der Zeit ist guck mal wir haben es jetzt wir haben es jetzt 7.50 Uhr dann gucken was das Bedürfnisgebiet sagt da kommen sie wieder ich hab grad noch ein Wildschwein gekriegt 5.00 Uhr bis 9.00 Uhr Reh die Rehe kommen gerade wieder den Berg hoch alles klar ja nehm ich schon mal meine 2 2 2 3 und so eins steht hier oben schon doch ein Bogen und doch mit dem Bogen ja ich seh auch eins aber da muss sie weit ran holen ja stimmt also meins ist schön mitten in der Schusslinie wo bist du denn da hinten das was hier oben auf der Kuppel steht ne da ist ein Männchen glaube ich jetzt wo siehst du die denn ich seh hier keins ich seh hier ja ich steh weiter oben ich seh über die Kuppel noch ein Stück drüber ah ok ok jetzt rennen eins kommt jetzt auf mich zu das wird jetzt geil schießen müssen sonst läuft es weg da rechts läuft auch noch eins jetzt steht bei euch der Inseln der Tanne steht da ein ja links steht auch ein ja links steht auch ein dann nehmt das dann ja dann mach das ich guck schön zu durchs Visier da läuft auch noch ein Wildschwein oh direkt vor mir ist ein Reh ja das ist das was der Alex gerade im Visier hat 3 2 ne ist weg ich könnte das Wildschwein noch ich seh das Wildschwein hier das seh ich auch dann nimm du das wollt ihr runterziehen oder soll ich einfach ah jetzt ist bisschen versteckt ja warte 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 ich muss mir auch eine andere Position das steht nämlich vor mir hier ist ein zweites Bedürfnisgebiet WTF taug's dir ab direkt vor mir schießt das ist ein Sound ey oh hier hat einer auf mich geschossen da ein Wildschwein ja Lutzi schießt auf das Wildschwein machs kalt Lutzi ich muss nachladen wir sind zwei Wildschweine die hier hochrennen ja ich seh eins hier eins hab ich erwischt ja meins ist down meins ist down ist das noch ein zweites oder was ja da hinten läuft ja das hab ich erwischt ja hier wurden zwei ich hab's erwischt ich hab's erwischt ich sammel das hier mal ein ich geh das mal erst im Wald holen sonst vergesse ich das das Reh stand plötzlich direkt vor mir ja hab ich gesehen hier rechts ist on call bei dir Tim ist on call von dem Reh ichs Reh oha bronze ach das hat gar keiner getroffen das hab nur ich getroffen ok das war ne Bedürfnisgebiete oder Franky hier sind zwei einmal bei dir und einmal hier vorne sind zwei Bedürfnisgebiete und beides sind Rehe irgendwie glaube ich ok wer die eigentlich mit den Singleplayer übernommen auch nicht das weiß ich nicht ich glaub nicht nein jetzt auf der Karte guck hab ich hier ah seh ich jetzt grad nicht aber ich kann mal auf die Karte gucken Silber ne das ist ein Bedürfnisgebiet für alles hier ok so ich würd sagen ich mach an der Stelle erstmal einen Break ich weiß nicht ob VogueTry Gaming noch weiter aufnehmen will ne ich mach jetzt auch mal einen Break ok mach ich ja ne VogueTry dann erstmal danke und ja wie gesagt VogueTry Gaming hat auch mit aufnehmen guckt da auch mal bei seinem Kanal vorbei und lasst ein Like da und einen Kommentar wenn euch das gefallen hat ja danke nochmal an Alex und Luzi Dankeschön nur danke und dann bis zur nächsten Jagd oder ja zur nächsten Folge von anderen Spielen vielleicht auch oder zum nächsten Stream gut ja dann mach ich dir an der Stelle erstmal einen Break und dann vielen Dank fürs Einschalten tschüss tschau und dann bis zur nächsten Mal die Achtung den dr